So, jetzt haben wir uns alle genug am Sack und am Arsch rumgekrasst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Oddworld Munch's Odyssey. Wir sind ja noch auf diesem Luftschiff. Warum willst du euch nicht mitkommen, Freund? Freund? Ich hatte ja in der letzten Folge auch wieder mal ein bisschen gemeckert, weil die Steuerung von Munch, wenn ich hier das mit dem Kran betätigen wollte, weil der eine Wachmann hat mich angegriffen und naja, wenn der nicht angreift, bist du ja nicht mehr in der Kransteuerung und war ein bisschen doof gewesen, also es war, musst du es ja wirklich genau treffen, dass du die Döde getroffen hast, dass du den hochziehen konntest und dann in den Müllschlöcker. So, na gut, wir haben es ja geschafft, wir haben ja unsere ganzen Kollegen, sagen jetzt Hallo und öffnen die Tür. Dann sehen wir, was hinter dieser Tür ist. Was komisch ist, in Teil 1 und 2 konntest du teilweise selber nur. Na komm, mach jetzt. Die Schalter betätigen teilweise mit und halt mit den anderen. Jetzt ging es. Weiß nicht, ob es eben nicht ging, aber gut. Obwohl, wenn der unten Zep ist, brauche ich doch eigentlich ihn. Brauche ich ja Munch. Sperrgebiet. Da sind noch zwei von diesen Typen. Ah, das sind diese zwei Manager. Da fehlt einfach ein Manager. Da hinten ist der Ausgang. Das sind zwei Manager. Na gut, wenn hier dieses Zep ist, entweder ich müsste, wie gesagt, hier mit Eilen angreifen. Meine, wenn ich mit Eilen angreife, müsste ich da theoretisch. Ihr bleibt auch hier. Mie, mie, mie. Das ist ein traurig, die kleine Fossil. Das weiß ich nicht, mitnehmen. Ich will mal sehen. Solange hier ist nicht so getroffen, kann ich ja mit diesem Blitz das echt auch gut hinkriegen. Ich hoffe nur, dass das Zeug nicht so ein bisschen länger hält. So wie jetzt geht es zum Beispiel. Die haben schon aber auch keine Fernkampfwörfer, sondern wollen mich nur im Nachkampf besiegen. Das geht. Das ging jetzt eigentlich ziemlich einfach. Ich will noch mal kontrollieren. Naja, ein Manager ist noch aktiv. Ich höre doch eben eine Kraftsteuerung irgendwo. Einmal abspeichern. Quick Save. Ach, der muss sich dann eben hochbringen, dass der Hebel, dass ich dir die Tür aufmachen kann. So, dann sage ich jetzt auch noch fleißarbar, die Dinger hier anzuwerfen. Kann das sein, ich habe jetzt sowas runterfallen, nur könnte es sein, dass jetzt eins der Dinger runtergefallen ist. Dass, wenn ich das hier verlasse, dass die runterfallen, als dass der Agrar die nicht mehr hält. Ah, ich habe das Gefühl. Ah ja, okay, ist stillgelegt neu. Ja. Ich muss mal Elbsch mal vortun, dass immer zwischendurch mal nachsehen können, ob ich so ein Ding kaputtkomme, so eine blöde Eierkiste. So, Eierkiste. Stillgelegt null. Also, ich sage, denk mal, wenn ich den Kran verlasse und ich habe die A-Kiste auch hier noch aktiv, denk mal, hält er die ja nicht mehr, dass er die da verhälten lässt, wie es er sieht. Aber ich sehe, ich dir gar nicht schaden können, die Kerle da unten. Und dann fliegt wieder so ein Ding rum. So, jetzt machen wir mal Quicksap. Jetzt habe ich ja gesehen, dass es erst mal klappt. Ich versuche jetzt mal, die Dinger jetzt so reinzuwerfen, das wüsste ich ja eigentlich. So, ob ich schaffe, solange oben auch dieses Lolo-Geräusch kommt, dieses wie so ein heiliges Geräusch, wüsste ich es ja eigentlich schaffen. Wenn ich die eine Reihe erst einmal komplett habe, werde ich nochmal nachsehen, ob ich wirklich alle geschafft habe, ohne eins kaputt zu machen. Wenn ich das dann habe, werde ich dann erst einmal wieder abschweigen zwischendurch. Dann machen wir dann die ganzen A-Kisten da, wie gesagt, noch rein in das Loch, dass wir die retten können. Und rein damit. Und stopp. Und rein. Und mitnehmen. Und stopp. Und rein. Ah, das war jetzt nichts. Jetzt. Ich meine, glaube ich, dieses Grün wird hier, diese drei Lichter am Kran, weiß ich auch, dass ich dann irgendwas habe, was ich mitnehmen kann. Was ich aufsammeln kann. Aber manchmal gehe ich auch nach dem Schatten. 20 A-Kisten befreit, 16 A-Kisten gibt es nur. Ich mache das mal quicksafe. Habe ich habe versprochen. Dann diesen ganzen Quatsch, den ich nicht mal machen muss. Noch einmal machen müssen, dieses ganze Prozedere hier. Und jetzt, wenn es in verschiedenen Enden ist, Teil 1 und 2, wisst ihr, gab es ja auch verschiedene Enden. Zum Beispiel Teil 1 gab es ja das Ende, also gutes oder böses Ende. Wobei ich, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, gab es, glaube ich, sogar drei Enden, oder? Es gab sogar, glaube ich, gut, böse und neutral, das bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Wobei ich dachte, es gab, glaube ich, sogar, doch, ich glaube, drei Enden. Das böse Ende, wenn du zu wenige gerettet hast, oder gar keine gerettet hast, dann hat man dich in Rapture-Farm dann mal sterben lassen. Dann hat dich halt keiner gerettet, du konntest zusehen. Und dann hat halt, wie der Molo, wie der heißt, hat der gewonnen. Und Rapture-Farm hat weiter existiert. Und man hat tatsächlich Luft gesprengt. Bei dem nicht so ganz so guten Ende, glaube ich zumindest, war es gewesen, dass dann der Schamane, die aber trotzdem überzeugen könnte, die andere Mordakens oder Mordakens, dass man eben retten muss. Dann hast du halt, naja, Rapture-Farm zu Luft gesprengt, hast du halt nicht alle gerettet und nur so und so viele. Hast aber dann zumindest welche gerettet. Neun Eierkästen noch, na gut, das geht hier noch. Hast aber, wie gesagt, zumindest einen Teil gerettet und, naja, hast halt Rapture-Farm gestört. Bei gutem Ende, klar. Hast du alle gerettet. Und alle haben dich halt gefeiert. Ja, toll, ja. Und ja. Na gut, vom Spiel, wenn man ja Teil 2 nimmt, da ist ja Rapture-Farm in die Luft gesprengt worden. Und die Mordakens feiern eben als Helden. Also geht man ja davon aus, dass man ja im Teil 1, sag ich mal, das gute Ende, wo du halt alle gerettet hast, erreicht hast. Und vom Prinzip Teil 2 war ja dann vom Ende auch nicht anders, mit der du diese Brauerei da kaputt gemacht hast. War ja auch gewesen. Das ist ungefähr, ich glaube, es gab auch verschiedene Helden halt. Na gut, eben haben sich die Arbeiter gefeiert. Oh ja, toll, weil du alle gerettet hast. Beim bösen Ende war auch, glaube ich, so gewesen, dass sie dich, naja. Das ist dann auch irgendwie, wenn ich mich rette, wenn du dann gestorben bist, wenn du es halt vergeigt hast. So, dass man eigentlich sagen kann, dass man bei beiden Spielen eigentlich davon ausgeht, sozusagen, dass man das gute Ende erreicht hat, dass man halt logischerweise überlebt hat, um dann hier das zu machen. Also könnte man sich theoretisch vorstellen, dass man eigentlich so von der Spielgeschichte eigentlich davon ausgeht, dass man ja auch das gute Ende erreicht, dass man das alles schafft. So gesehen. Und ich werde zusehen, weil ich habe schon mal in den Spielorten selbst mal die ganzen Dateien durchgesehen, also die einzelnen Videos. Die würde ich so nochmal extra nochmal rendern und so weiter und so fort. Und die würde ich dann halt auch noch mit separat hochladen. Dass man dann die verschiedenen Enden dann separat zeigen kann. Ich würde das dann, ich müsste mal sehen, weil bei einem anderen Spiel, Full of Tactics zum Beispiel, habe ich es ja auch dann vor, dass ich das vielleicht mache mit verschiedenen Enden irgendwann mal. Und ja, wenn ihr jetzt seht und denkt, oh, Full of Tactics. Hm, ja, Full of Tactics. Da würde ich dann auch irgendwann mal alles hochladen und auch wirklich jedes Video, was es da gibt. Und das würde ich dann generell machen oder habe schon oder wie auch immer. Durch, dass der wie gesagt dann immer in einer separaten Playlist war. Wie gesagt, ich denke mal, dass es dann immer besser, wenn man das in einer separaten Playlist dann immer hochlädt. Beim Spielort noch selbst weiß, ob das so viel bringt. Wobei ich denke, im Prinzip dürfte es ja eigentlich egal sein. Wenn ich das sage, ich war noch separaten Playlist hochladen. Wie gesagt, das muss ich mal sehen, ich weiß es noch nicht. Ich gehe aber noch ein bisschen zurück. Ich traue dem Spiel viel Schweinerei zu. Naja, da ist der letzte von den Kern. Ja, deswegen meine ich, ich traue dem Spiel viel Schweinerei zu. Hier nochmal irgendwo. Ach doch, willst du sagen, hier war doch noch hier so ein Ding. Sonst würde ich den nämlich auch gerne wegsteppen. Ansonsten, mit der Übermacht an Fasselz und Mudakas muss ich so eine schaffen, den niederzumähen. Einfach so trotzdem mal mit dem Blitz nochmal hier. Und tot. So, das muss ich auch trotzdem noch mit Munch zurückfahren, damit er dann sagt zu dem Fasselz, kommt mit. Weil ich kann den Fasselz ja doch nicht befehlen, dass er mitkommt. Das kann ich nur Munch machen. All von euch allen. Alle. Na gut, Schweiß. Wie gesagt, die anderen hier, die gehen nicht mit. Weißt du nicht, warum die jetzt schon mitlaufen? Ach, die gehen jetzt schon mitzähen. Na gut, warum auch nicht. Ich werde jetzt mal bis die Fasselz angelaufen kommen. Ange... Na ja, angelaufen nicht, angehüpft. Na, das darf ich aber eben hier, die mal ankommen. Ich finde die Fassel sehr viel süß. So, das kontrolliere ich trotzdem nochmal kurz. Ach, das hat noch einer. Kannst du dich nicht von mir trennen. Ich mag dich auch, kleiner Fassel. Wir bleiben in Kontakt, gell? Hallo. Mimimi? Mimimi? Oh, deine Freunde warten auf dich. Na komm. So, mal sehen. Mänderschau sind alle tot. Sicherheitsdienst sind alle tot. Squabs, alle am Leben. Eierkisten, alle am Leben. Fassel sind schon alle gerettet. Und die Eierkisten auch. Fehlen nur noch die 14 Squabs. Ich kann ja eigentlich das schon mal hier hin tun. Alle mal zuhören. Hey, 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 hey. Gut, die anderen sind halt noch oben. Dann kann ich erstmal die retten. Ist eigentlich so wild. Dann werde ich erstmal die Bande. Die anderen hole ich jetzt auch noch. Wie gesagt, ich starte immer eigentlich ganz gerne auch solche einzelne Videos und nochmal hoch. Solche einzelnen Zwischensequenzen oder verschiedenen Enden, weil ich mag das auch gerne, dass ich mir die ansehe. Zum Beispiel hatte ich mir bei Otto World 1 und 2 auch dann alle Enden angesehen und so. Weil ich das halt, wie gesagt, gerne sehen wollte. Wissen wollte. Gut, was ist das gute Ende? Was ist das böse Ende? Was ist jenes Ende? Ich mag das auch immer ganz gerne sehen. So, euch schicke ich auch noch nach Hause. Ach, da ist noch einer. Grüßt auch mein Freund wieder, Fassel eben. Das war heute meine Frage nicht bei Antworten, mein Freund. Ganz gut, ganz gut. Ich kenne dich jetzt. Grüß dich auch noch von mir. So, ja, passt. Nichts ist mehr aktiv, nur die Gegner schilgelegt. Die anderen sind alle befreit. Gut, dann kann man ja die Mission beenden. Die Rikos, Shui. Okay, Abe. Du bist dicht dran. Wirklich dicht. Ich hoffe, es schützt dich nicht, aber sonst hat er noch was Persönliches zu erledigen. Mach dir keine Sorgen, er wird wieder zu dir stoßen, sobald du näher bei der Ladezone bist. Ach ja. Und wenn du die Scrubs alle zusammen bekommst, dann habe ich auch einen echten Bonus für dich. Viel Spaß. Ein Bonus. Bonus mach ich doch auch mal gerne. Okay. Was haben wir hier unten eigentlich? Oder diese Rikos-Typen wachen? Also, es hält ja Wachen, 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 überall Wachen. Und da hinten ist es. Es steht da unten auf dem Boden. Das kann ich gar nicht lesen, so richtig. Rikos-Labors. Ah ja. Das sieht man hier in den ihrer... So einen Schrank mit einer Knarre. Na gut, da kann ich dann jemanden übernehmen. Ich kann ja diese Dinger aber nachwachsen lassen, habe ich wieder gesehen. Kann ich die ruhig übernehmen. Ich sehe jetzt auch kein schwebendes Teil, was mich davon abhält, dass ich jemanden übernehmen kann. Also das passt schon. Ich nehme die Dinger ein und dann werde ich mal ein paar von den Dinger nachwachsen lassen, dass ich wieder eine kleine Sammlung habe hier. Na ja, es gehört wieder ein wie die Welt irgendwo. Ich mache mal auf 30. Gut, wenn man sagt, ich bin im Ziel ganz nahe, aber es soll nicht mehr viel sein. Also dieser Völker werde ich das Ganze wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber vielleicht nach den nächsten Völkern könnte ich mir vorstellen, dass man dann vielleicht es schaffen, dass dann das Spiel am Ende die letzten Leerreiter durchstellt. Komm her, knell ich. Na gut, aber schön. Aber die gibt es sogar Hackeball aus dem Automaten. Na gut, es gibt doch Schlupferautomaten in Japan also von daher. Oder Goldspachenautomaten. Hallo, Kollegen. Ich meine, sind das hässliche Dinger. Obwohl, hier gibt es eine Knoche. Ich nehme nur eine Knoche. Hier ist Anna. Wird wahrscheinlich überall noch haben, wird Anna drinnen hocken. Wo ist man da hin? Ach, das ist doch hier dieser, den wir in diesen Labors auch schon mal gehabt haben, den wir mit Wansch gesteuert haben, die aber keinen wirklich getötet haben, sondern eigentlich nur bewusstlos geschossen haben. Die sind Verhulgungssponsoren, oder wie die Dinger heißen. Meinst du, seid ja hässlich. Auf die eigentlich abgesondene Sachen haben, wenn man mit denen spricht. Aber schnell sind die. Kann man ja noch sagen, die sind wirklich echt flink unterwegs in die Kerchen hier. Halt das, Markel. Gewunderdungen. Hey, Arschnase. Du Idiot. Hey, Quasenab... Du hast ein Arschgesicht. Trifunde-Dong. Nein, kein Wunder-Dong. Trifunde-Dong. Du hast ein Arschgesicht. Die Kitzel-Dinzung, die war deine Schwester. Hey, Arschnase. Hey, Arschnase. Die Kitzel-Dinzung, die war deine Schwester. Hey, Arschnase. Oh, 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 oh. Ich war euch mal lieber extra ab. Und nochmal ein Quixel. Dann ballere ich mir die ganze Band hier über den Haufen. Na komm, ruhig raus, Typ. Ich möchte nicht aus, was ich in einen abgeknüllt habe von den Leuten hier. Ich stelle es nicht gar nicht, dass ich die Kollegen hier niedermache. Ein paar sind schon niedergemäht. Wie viele gibt es denn noch von denen? Den Löffner auch noch. Ja, der Knar ist schon nicht schlecht. Also, beim Optischen würde ich sagen, gefällt mir die Waffe, die die Sticks immer genommen haben, was die ganz groß war, was die fetten Kerl immer genommen haben, die riesen Knar, die gefällt mir aber optisch gesehen trotzdem besser. Das sieht für mich aus wie so eine Spritze aus hier. Das sieht für mich eher wie so eine Spritze aus. Das war auch okay, die Waffe. Ich glaube, das war's, wie es alles sieht. Macht euch weg. Ach, ich bin hier hergekommen. So, ich gehe einmal im Uhrzeigersinn. Na gut, ja, gegen Uhrzeigersinn. Aber ich weiß schon, was ich meine. Ich gehe einmal von der einen Seite oder der anderen in jeden Raum rein und sehe immer noch, wo einer da ist. Ich sage lieber einfach Hallo. Könnte sein, dass der andere drin ist. So, drei habe ich schon. Ich werde ein Armee aus Squabs ausbilden. Aber da ist ja noch so ein Dödel. Nein, einer ist gestorben. Oh, ich habe doch nicht gespeichert, als ich das gemacht habe. Oh, ich habe da nicht gespeichert. Als ich da einen übersehen habe. Ich habe doch keinen mehr gehört von den Kerlen. Gut, dann knall ich die nochmal über den Hafen hier. Guck mir nichts an, du Vollfausten. Du musst doch nochmal laden, nicht dass ich hier doch einen ausversichtlich abgeknallt habe. Ich habe hier nämlich keine Tafel, wo ich sehe, wie viele gibt es zu retten und es sind schon welche gestorben. das finde ich ein bisschen doof ich versuche die lieber hier von außen hier anzugreifen ist vielleicht besser vielleicht besser ich die von außen angreife weil die jetzt alle nur drin sind hier die scops kann ich die besser retten aber apropos mit den scops die scrap soll sie diese weiß ich diese viel über diesen sterben da die gab es ja nur ein level genauso wie die perma als was diese spinnbar da frage haben die echt die entwickler nicht mehr aus dem gemacht als dass man die öfters mal gesehen hätte und dass die alten sind gehabt hätten das fand ich schon ein bisschen schade dass man die nur jeweils ein level gehabt hatten ein abschnitt und das wirklich auch nur so reingerotzt finde ich nicht wirklich dass man sagen kann gut es hat wirklich einen sinn gehabt sondern einfach nur dass die mit drin sein mussten aber ja hätte man die nicht reingesetzt wäre es eigentlich nicht so wild gewesen mal ehrlich das ist diese flug slicks nicht mehr kopf oder die slicks ohne hose von jahr ist ein schade und das ist immer von hier oben dass ich hier die schaden der die kerle dass diese freunde seine schönen haften wochen gestorben sind wie bei den slicks da freuen sich ich muss die doch durchdrehen sich denke scheiße sind schon viele gestorben los war der knarre ich hab jetzt wirklich alle von denen ich hoffe es zumindest mal ich glaube es muss ich wirklich alle haben von denen ganz gut ganz gut könnte es ja trotzdem dass trotzdem irgendwo noch einer von denen machen hier drin rumlungert zwar nicht aber was meine ich fühle sich natürlich zu hat sich als zur sicherheit falls doch irgendwo noch noch drin ist manche sonst lieber dass ich noch hallo sage manchmal ist er in der ecke wo doch einer steht wo du erst nicht sie ist deswegen aber rein rufen hat mir erst im zweiten habe ich da gemacht ich habe gesagt hallo 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 einfach in der hoffnung vielleicht ist ja doch einer drin manchmal standen die ja auch beim ersten teil vor allen dingen schon die teilweise irgendwo am schatten dass die gar nicht gesehen hast du nur das geräusch gehört wenn die halt geputzt haben das ist aber nicht wirklich gesehen manchmal nur ein umriss wenn du glück hattest aber manchmal hast du wirklich nur eigentlich gehört dass da eigentlich jemand den boden geschrubbt hat das ist halt erstmal besser als mein naja sagt einfach mal ins dunkle sage ich mir einfach hallo und hoff das vielleicht doch anantwortet so hallo jungs gut gut wenigstens gibt es leute die sich interessiert wie es eben geht das finde ich schon mal nicht schlecht und ich glaube diesmal sind die wachen wirklich alle tot hallo jungs hallo jungs dass ich aber eben die eine wache nicht gesehen habe und nicht gehört hätte weil die ist doch eigentlich auch dass die irgendwie rumprappeln hallo hallo habe ich aber wirklich überhaupt nicht gehört das finde ich komisch ok hör zu hallo hallo ich will auch eine knochen haben aber das ist auch komisch das meine warum können wir die waffen nicht benutzen die sind jetzt nicht auf irgendwelche arten oder auf irgendeine spezies eingestellt normalerweise wäre es eigentlich logisch wenn ich jetzt sagen würde wie bei diesen schreiten dass du halt nahkämpfer oder fangkämpfer machst dass ich sage was weiß ich vier von denen nehmen halt was weiß ich die hälfte von denen vorne sind hackenball und die anderen nehmen halt die knarre und er hebt halt auch so eine knarre mit das wäre doch eigentlich finde ich das logischste dass man sagt jeder von denen nimmt eine waffe das ist immer gleich ein bisschen stärker und wie gesagt würde eigentlich Sinn machen finde ich ein bisschen komisch das finde ich jetzt sage ich mal so ein bisschen unrealistisch und ein bisschen unlogisch gut unrealistisch mit so einem alienplaneten gut aber ihr wisst schon was ich meine das finde ich jetzt so ein bisschen unlogisch wie gesagt aber gut ich will jetzt auch und erst mal die folge beenden vergesst nicht zu liken und zu abonnieren wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder auch andere Videos und wenn ihr gerne erfahren wollt was das ja für ein geklopfer ist das alles und noch vieles mehr werden wir in der nächsten und vielleicht auch in der letzten Folge dann erfahren und dann sind wir alle ganz zauberhaft also macht's gut bis dann tschüss